Der Macher, der macht einfach. Ohne Rücksicht, auch Verluste. Chris, hast du gewusst, der Jürgen hält den aktuellen Weltrekord am Inlineskate fahren hinter einem Porsche mit 280 kmh? Ich wusste es nicht, aber Jürgen ist alles zuzutragen und dadurch verwundert mich bei ihm schon nichts mehr. Schauen wir doch, was wir bleiben. Liebe Freunde, eine kleine Information zu unserem Jürgen Köhler. Der gute Mann hat sich vor vier Jahren mit einer Flex die eigene Hand abgeschnitten bei einem Unfall. Dann hat sie wieder drangelegt und heute fährt der Quad wie der Weltmeister. Das heißt wie der Weltmeister, er ist ja ein Weltmeister. Er hat sich die Hand abgeschnitten mit der Flex und fährt heute wieder. Er hat an sich gearbeitet und hat mich täglich workout gemacht. Schaut euch mal diesen Teufel an. Jürgen Köhler! Make some noise for Jürgen Köhler! Freude cùng im�ertat! Für alle Betriebe! 3 4 4 5 5 5 6 5 6 7 1 1 1 Ja. Musik 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 Musik